Nein, hier! Da, seht ihr? Die dunkle Herrin bietet ihre Kleinen an. Ein Nest voll mit ihren Kindern. Weckt sie auf! Seht zu, was sie drohen! Du gehst in die falsche Richtung! Nein, nein, nein! Hier drüben! Hör auf die Eile! Dumme Waldläufer! Die Kleinen stechen zu! Aber sie töten nicht! Ein tiefer, tiefer Schlaf! Sie kommen zurück, wenn niemand hinsieht und bringen Orkse zurück zu dunklen Herren, damit sie sie verschlingt! Ein schreckliches Schicksal! Was unsere Feinde fürchten, ist für uns von Wert! Kommt! Der Boot ist in der Nähe! Hier lang! Hier drüben! Und da rennt der Trottel! Lauf! Kleine Mahne! Lauf! Da! Das ist der Bote! Folgt ihm und ihr führt euch zu seinem Meister! Ab jetzt gehen wir allein! Versteck dich, Gollum! Ja! Gut, abgemacht! Wer von uns als erster Heimling wird befördert den anderen zum Auf... Was? Nein, der! Ich bring dich um! Hilfe! Du bist aus! Oh! Erf! ... Ja! Eines Tages bin ich von Schlick! Ha! 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 Klaar! Und eines Tages bin ich der dunkle Herrscher! Oh! Nein! Moment! Ich hab ihn gesehen! Das ist das Ende! Ach, Fett, der Kerfer! Single die! Halt! Halt, Waffledin! Zeit zu töten! Halt, Waffledin! Halt, Waffledin! Ja, genau so, Waffledin! Halt! Von der Seite! Halt! Halt, Waffledin! Waffledin! Halt, Waffledin! Halt, Waffledin! Halt, Waffledin! Au! Das wird unsere Schwerter kreuzen! All der Hickagum spinnen, die aus dem Boden gekrocht kommen! Aus dem Boden, was so stark hat sie denn so gereizt? No, Rook! Ich bleibe ab jetzt ganz weit weg von allen spinnenestern! Jetzt kommt's! Weisst du... Ich hab dict dich known... Unser Gifft wurde sicher nicht... Halt dich nur um... Höchst! Leer! Aus dem Weg! Ich habe wichtiges zu tun! Ich treffe den Menschenbrecher! Ich komme vom Verräter und habe wertvolle Informationen für... Ich leb noch! Der dunkle Herrscher blickt auf mich herab. Dein Tod wird ihn erfreuen. Zwingt ihn auf den Boden! So wird das wirklich nichts! Du wirst sterben! Ich leb noch! Sie bringt dir etwas zu Ende, ihr Idioten! Es ist schon mal das dürre Ding, das Haut und Knochen hier rumlaufen sehen. Du schlägst um dich wie ein Fisch ohne Wasser. Das hier ist jetzt dein Wasser. Atme! Ich glaube, ihr Idioten! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Menschenbrecher! Der Grabwandler ist hier und hinter mir her! Ich hab nichts über den Verräter gesagt! Glauben! Wie oft hab ich es euch gesagt! Redet niemals offen über den Verräter! Nehmt euch diesen erbärmlichen, toten Trockel als Beispiel! Die nächste Made, die das Wort Verräter in meiner Nähe auch nur flüstert, endet noch schlimmer! Was? Dafür wurdest du vom Holm? Das Ding wird gerade hier jetzt! Keine Sorge! Menschenabschau! Und du bist wohl hier, weil ich diesen kleinen Überläufer in Minas Sittil hab! Tja, von mir erfährst du nichts! Was doch sein mag, ich finde es! Wie ein elender Karagor! Müsste mal davon! Umzingelt ihn! Abonnen! Ich bin pousser! Entschuldigung! Beide bleiben! Beide bleiben! Beide bleiben! Beide bleiben! Wunder! Ah! Was ist der, wie? Ach! Abonnen! Abonnen! Bist! Ich bin! Abonnen! Abonnen! Bist! Ähmliche Fleischhäute! Deine Bemühungen sind nicht ungemerkt geblieben, Waldläufer. Du stellst meine Geduld auf die Probe, doch bald wirst du geprüft werden. Das ist das Werk des Hexenkönigs. Er verhöhnt uns. Wir müssen meinen Ring zurückholen. Das werden wir. Doch zuerst kümmern wir uns um den Verräter in Minasithil. Talion, grausame Rächer, blutdürstige Mörder, schlachten alle Orgse, schneiden ihre Köpfe ab, zermotzt ihre Gehirne, zermallt ihre Gesichter. Er hat seinen Nutzen. Mit meinem Ring hätte ich das verhindern können. Wir müssen ihn zurückholen. Das werden wir. Aber erst müssen wir uns um den Verräter in Minasithil kümmern. Das ist dein Exkonto. Das ist dein Ander. Blank, du bist!